Schöten Tag meine Damen und Herren! Ne, jetzt mal im Ernst. Servus, hier to Godlike. Ich komme mein Kollege Trick Easy. Suchen Leute, die aktiv an unseren Videos teilen würden. Das heißt, wir gehen Videos für unsere YouTube-Channel. Das heißt Trick Shots, Fun-Videos, Rush-Videos. Einfach was uns in den Kopf schießt. Genau das sagt jetzt dazu mein Kollege Trick Easy. Äh, bin ich jetzt dran? Ja? Okay. Also, ihr habt es gerade schon gehört. Wir benötigen Spieler, die bei unseren Videos gerne aktiv mitmachen möchten. Weil, sagen wir doch mal ganz ehrlich, Zoom-Zerstörungs-Zweiter schockt man hart gar nicht. Wenn man wieder da mit irgendwelchen, ich sag's auf gut Deutsch, Assis in so einem Dreckslobby kommt, die einfach nichts können. Dungeon R spielt man gerne mit 6 Leuten, denen man verrückte Sachen machen kann. Zum Beispiel alle mit einem Einsatzschild spielen oder einfach nur mit der Sicht nach oben, freiwillig in den Tod rushen. Um eine lustige Abschlusskamera zu erzielen mit sicherlich noch epischeren Reaktionen. Wenn also ihr Interesse habt, meldet euch einfach bei Xbox Live bei einem dieser angegebenen Gamertags. Kommt jetzt hier ins Bild, da seht ihr das. Ne? Okay. Okay. Das wär's dann von mir. Entschuldigung. Okay. Das wär's von uns. Tschüss! 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 starting